Ja, es gibt so einen Trend von One Piece. Da sagt immer, The One Piece, The One Piece is real. Und dann wurden so Bilder von der Serie geeditet, dass die nackt und so einen fetten Schwanz haben. Und, Digga, das ist so grausam. Ich wünschte, ich hätte das nie in meinem Leben gesehen. Und das schlimmste Bild ist das hier. Warte. Ich sehe es nicht. Ah, Safe Search aktiviert. Okay, jetzt verstehe ich.